Hallo und herzlich willkommen zu Freiwaffen Reviews Deutschland. Wie die meisten von euch ja wissen, war bei Schreckschusspistolen ja früher immer alles besser. Früher hat die PTB noch nicht so sehr eingegriffen. Damals waren die Schreckschusspistolen noch viel stabiler und massiver gebaut. Und mit den Jahrzehnten mussten die Schreckschusswaffen immer mehr kastriert werden und mussten immer mehr Einschränkungen erfahren, um sie gegen ein potenziell verbotenes Umbauen zu sichern. Ähm, das wissen ja die meisten von euch. Und das interessante und aktuellste Beispiel sind dafür die Soraki-Schreckschusspistolen. Die Soraki-Pistolen sind ja noch gar nicht so alt in Deutschland. Also es ist jetzt nichts aus den 80er, 90er Jahren. Wir sehen hier die vier bekannten und populären Soraki-Schreckschusspistolen 906, 914, 917 und 918. Es gibt wie gesagt noch ein paar andere Modelle, aber darauf möchte ich jetzt hier nicht eingehen. Und diese vier sehr beliebten Soraki-Schreckschusspistolen, die haben mittlerweile alle die dritte und teilweise die vierte PTB-Nummer erhalten. Das heißt, eine neue PTB-Nummer wird vergeben und die Waffe wird noch weiter kastriert. Und hier reden wir erst von einem Zeitraum seit ungefähr 2011, das heißt erst gute zehn Jahre. Denn die Soraki 914 zum Beispiel ist 2011 auf den Markt gekommen mit der PTB-Nummer 922. Im Anschluss folgte die PTB-972, die PTB-1014, das ist auch die, die ich hier habe. Und seit neuestem gibt es die PTB-1070. Bei der Soraki 917 ist es fast das gleiche Schicksal. Diese hat mal angefangen mit der PTB-947, hatte dann die PTB-1023, auch das ist die Version, die ich habe. Und ist mittlerweile angelangt bei der PTB-1073. Soraki 918 das gleiche, hatte mal früher die PTB-965, dann die PTB-1024 und heute mittlerweile die PTB-1072. Jetzt ist es tatsächlich so, dass gerade zwischen den 900ern und den 1000er-PTBs, sprich zwischen der ersten Generation und der zweiten Generation, wo ja mittlerweile die dritte Generation PTBs auf dem Markt ist, deutliche Veränderungen an den Soraki-Schreckschusspistolen vorgenommen wurden, die ein weiteres Umbauen nochmal zusätzlich erschweren sollen. Und zwar zusätzliche Fräsungen am Patronenlager. Das gefällt den deutschen Kunden natürlich überhaupt nicht. Ich möchte dazu sagen, nicht, dass die Leute das Umbauen wollen würden, sondern es gefällt ihnen einfach nur nicht, dass es weiter kastriert ist und weiter geschwächt ist, das Patronenlager und die Waffe weniger stabil und weniger massiv und damit vielleicht auch weniger haltbar gebaut wurde. Und was für Ausmaße das mittlerweile angenommen hat, kann man sehr gut auf den Gebrauchtmarkt sehen. Wenn man überlegt, dass so eine Soraki-Schreckschusspistole neu vielleicht so zwischen 130 und 160 Euro kostet derzeit, ist es so, dass für Soraki-Schreckschusspistolen, egal ob 906, 914, 917 oder 918, mit der alten PTB-Nummer, sprich mit der 900er-PTB, werden teilweise Preise aufgerufen und auch erzielt von weit über 200 Euro. Also eine Soraki-Schreckschusspistole mit der ersten 900er-PTB heute für unter 200 Euro zu bekommen, gebraucht wohlgemerkt, ist schon extrem schwierig. Das heißt, die Leute sind bereit, richtig viel Geld auszugeben, um die noch stabilere, noch weniger geschwächte Version zu bekommen, sodass sie dafür sogar deutlich mehr als den aktuellen Neupreis bezahlen für eine gebrauchte Waffe. Was wurde jetzt eigentlich wirklich verändert zwischen der 900er und der 1000er-PTB? Hier können wir absolut keine Veränderung feststellen. Hier ebenfalls nicht. Hier aber. Das liegt an dem Verschlusssystem, dass dieser Barretta-Stil eben den Lauf hier offen hat und der Verschluss hier das Patronenlager rundherum sichtbar macht. Und zwar diese Einfräsung, die wir hier sehen. Das ist ein 1000er-PTB-Erkennungszeichen, denn die 900er-PTB hatte das hier noch nicht. Hier war das noch massiv. So, schauen wir uns die Waffen jetzt mal zerlegt an und schauen wir uns mal insbesondere die Patronenlager an, erkennen wir immer zwei Einfräsungen. Das hier ist die eine Einfräsung und das hier ist die andere Einfräsung. Und im Profil sieht das Ganze dann so aus, dass praktisch hier einmal links und einmal rechts am Patronenlager das Material nur extrem dünn ist, während es am Rest halt relativ dick ist. Bei der Soraki 906 das gleiche. Hier ist die eine Einfräsung, hier ist die andere Einfräsung und im Profil sehen wir, dass das Patronenlager an genau dieser Stelle sehr dünn ist. Soraki 917 genau das gleiche. Eine Einfräsung, die andere Einfräsung und in der Mitte diesen nur sehr dünnen Steg. Und bei der Soraki 918 konnten wir es ja schon mit Verschluss drauf sehen. Da mussten wir den Verschluss ja noch gar nicht abnehmen. Auch hier können wir beide Einfräsungen sehen. So, ganz kurz gesagt, die 900er-PTBs hatten das bei allen vier Modellen nicht. Die hatten die Einfräsung immer nur auf der rechten Seite. Das bedeutet, die eine Einfräsung war schon immer da, die andere ist aber erst seit der 1000er-PTB neu dazugekommen. Ich weiß nicht warum, ob es vielleicht tatsächlich versucht wurde oder auch geschafft wurde, so umzubauen, dass man dann einen neuen Lauf gebohrt hat, der halt sehr nach links versetzt war, wo hier ja noch alles massiv war und damit etwas Abstand hatte zu dieser Schwächung, wo das Material nur so dünn war. Ich kann es nicht sagen. Ich vermute das jetzt einfach mal, dass die PTB gesagt hat, dass danach gesteuert werden muss und dass da eine neue PTB vergeben wurde und eben diese beiden Einfräsungen da drin sind. Jetzt wissen wir den Unterschied und dass aufgrund dieses Unterschiedes die 900er-PTB-Soraki-Schreckschusswaffen sehr teuer gehandelt werden gebraucht. Aber die alles entscheidende Frage ist ja, ist diese zweite Einfräsung wirklich ein Problem? Dem, sofern man die Waffe nicht umbauen möchte, wohlgemerkt, ist sie für den ganz normalen Nutzer ein Problem? Ist die Waffe dadurch geschwächt und weniger haltbar, wenn man sie normal benutzt? Nicht, wenn man versucht, sie umzubauen. Ich habe mich da relativ viel mit beschäftigt und mich auch viel informiert und viel gelesen und ich bin zu dem Schluss gekommen, nein, die Waffe ist nicht weniger haltbar, denn meine Überzeugung und auch die der meisten anderen ist, dass eben hier im Patronenlager keine zu große Belastung herrscht und dass es praktisch ausgeschlossen ist, dass das Patronenlager hier an diesen beiden dünnen Stegen reißt oder aufplatzt in irgendeiner Form durch normale Benutzung, egal wie viel man damit auch schießen mag. Also diese zweite Einfräsung schwächt das Material natürlich auf dem Papier und wie gesagt, den Umbau verhindert es vielleicht auch zuverlässig. Allerdings sollte es den normalen Schussbetrieb, sollte die Waffe nicht weniger haltbar sein. Das heißt, man könnte sagen, mit diesem neuen beidseitig eingefrästen Patronenlager kann man genauso häufig schießen und genauso viele Schuss abgeben, bis die Waffe irgendwann kaputt ist, wie mit der 900er PTB. Diese Außenwände des Patronenlagers sind einfach nicht die stark belasteten Stellen oder anders gesagt, selbst mit diesem dünnen Steg ist das Material trotzdem mehr als dick genug. Die Schreckschusswaffe würde eher an anderen Stellen anfangen kaputt zu gehen durch Verschleiß als an diesen Stellen. Und wenn wir das geklärt haben, dass die neuere PTB gar nicht schlechter ist, zumindest nicht von der Funktion oder Haltbarkeit, fragt man sich, warum zahlen die Leute denn dann so hohe Preise dafür? Ja, meiner Meinung nach gibt es drei potenzielle Gründe, warum diese Waffen mit der 900er PTB trotzdem so teuer gehandelt werden, auch wenn sie eigentlich gar nicht schlechter oder weniger haltbar sind. Die erste Gruppe sind tatsächlich natürlich die Leute, die logischerweise die Waffen wirklich umbauen wollen. Die müssen natürlich die 900er PTB nehmen, das steht, denke ich, außer Frage. Allerdings denke ich, dass das ein sehr, 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 sehr kleiner Prozentsatz derer ist, die gebrauchte Schreckschusswaffen kaufen wollen und dass der allergrößte Teil die nicht umbauen möchte, für die sollte das also keine Rolle spielen. Der zweite Grund ist vielleicht die Optik, denn diese Fräsung sieht natürlich immer blöd aus und zeigt natürlich auch ein Stück weit, dass es eine Schreckschusswaffe ist. Allerdings muss ich hier sagen, die Soraki 918 ist eben die einzige, wo man die zweite 1000er PTB-Fräsung überhaupt sieht. Die andere sieht man natürlich auch, aber es ist wirklich nur bei der Soraki 918 ein Ding, denn wie gesagt, alle drei anderen Modelle haben halt vor der linken Patronlagerfräsung, also vor der neuen, den Verschluss. Das heißt, man sieht diese Fräsung sowieso nicht. Und die Fräsung auf der anderen Seite, die man natürlich auch so häufig sieht, die war auch schon bei der 900er PTB vorhanden, da hat sich also nichts geändert. Also kann diese Optik eigentlich kein Grund sein, außer vielleicht bei der Soraki 918, aber ich finde, es fällt auch wirklich nicht auf in der Gesamtheit. Und der dritte Grund wäre natürlich Sammler. Es gibt Leute, die wollen vielleicht dann alle drei PTBs der Soraki-Pistole in ihrer Schreckschusswaffensammlung haben. Das wird es natürlich auch geben und die müssen sich dann natürlich eine Soraki mit einer alten PTB suchen, wobei die Leute, die das so intensiv sammeln, die haben eigentlich meistens schon eine Soraki mit der alten PTB in ihrer Sammlung, aber das sei mal dahingestellt. Das wären die drei Gründe, die ich nachvollziehen könnte gegebenenfalls. Der vierte Grund, und das wird wahrscheinlich der sein, der in der Praxis am meisten auftritt, ist einfach die Angst davor, etwas Schlechtes zu haben oder etwas Schlechtes zu bekommen oder etwas Schlechteres oder Schwächeres zu bekommen. Das ist so eine typische Angst, die viele Menschen haben. Sie wollen gern das beste Modell und sie wollen die beste Generation mit dem Besten, was man bekommen kann. Und dafür zahlen sie auf dem Gebrauchtmarkt sehr hohe Preise und denken, dass die Tausender PTB-Soraki eventuell in tausend Teile zerfällt, weil das ist ja alles so stark geschwächt und das ist ja alles nur noch so dünn und so fragil und die böse PTB und ich glaube, das ist die Angst der meisten Leute, die so viel Geld dafür bezahlen, dass sie einfach was Schlechteres bekommen, was nicht so stabil und nicht so haltbar ist wie die alte Version, wie die alte PTB, die weniger geschwächt ist. Ja, und das, wie gesagt, ist, denke ich, der Hauptgrund. In meinen Augen falsch, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach sind die Tausender PTBs nicht weniger haltbar durch diese zweite Einfräsung. Alle anderen Teile sind genau gleich geblieben und die anderen Teile ist eigentlich das, was die Haltbarkeit ausmacht. Insofern glaube ich also, dass viele Leute da umsonst relativ viel Geld aus dem Fenster schmeißen, wie gesagt, wenn es nicht Leute sind, die es wirklich umbauen wollen oder Sammler sind, die unbedingt die alte PTB in ihrer Sammlung haben möchten, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, mehr Geld für die alte PTB auszugeben als für die aktuelle. Ja, und dann möchte ich noch ein paar Worte zur ganz aktuellen PTB verlieren, also der PTB 1070, 1073 und 1072 bei diesen drei Modellen. Die wurde klammheimlich, still und leise eingeführt, die neue PTB und die Soraki-Waffen haben teilweise einen neuen Aufdruck und zwar ein P dahinter. Das heißt, da steht dann nicht mehr Soraki 914, sondern zum Beispiel Soraki 914P. Ja, und jetzt haben sich natürlich viele Leute gefragt, was haben sie denn jetzt wieder verschlimmert. Auch da habe ich viel gelesen und alles versucht in Erfahrung zu bringen und habe mir auch die neue Soraki 917 angeguckt, wie sie aussieht und auch wie die Fräsungen und Schwächungen am Patronenlager aussehen. Ich konnte keinen Unterschied zur PTB 1023 feststellen und überall, wo ich geguckt habe, sagen alle das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied zwischen den 1020er und 1070er PTBs, also zwischen der zweiten Generation PTB und der ganz neuen dritten Generation, die 1070, die jetzt mittlerweile alle auf dem Markt sind. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr da mehr wisst. Wie gesagt, ich konnte nichts in Erfahrung bringen. Meiner Meinung nach dürften die genau baugleich sein. Warum sie dann allesamt noch mal das dritte Mal oder teilweise das vierte Mal eine neue PTB bekommen haben, das weiß ich leider auch nicht und ich kann mir das auch nicht erklären. vielleicht haben sie einfach das Modell neu auf den Markt gebracht oder die Modellpalette neu aufgesplittet oder dadurch, dass die jetzt Soraki 914P heißt, durch eine neue Modellbezeichnung musste eine neue PTB-Prüfung fällig werden. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Man findet dazu auch keine Auskunft nirgendwo. Ja, wie gesagt, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, sind die 1070er PTBs aber baugleich mit den 1020er PTBs und damit dürfte da zumindest im Material keine weitere Verschlechterung erfolgt sein und wie gesagt, da ich ja der Meinung bin, dass die 1020er PTBs nicht weniger haltbar und damit nicht schlechter sind und der optische Punkt ist zu vernachlässigen, weil in der Regel der Verschluss drüber ist, außer bei der Soraki 918, ja, ist es in meinen Augen eigentlich fast egal, was für eine PTB ich habe, ob die wertvolle, seltene 900er PTB, die 1020er PTB oder die ganz neue 1070er PTB, das ist für mich eigentlich egal und ich glaube, dass bei diesem ganzen Thema in der Szene sehr viel Wirbel um nichts gemacht wird. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen über die Unterschiede oder auch Nicht-Unterschiede zwischen den einzelnen PTB-Nummern. Ja, was denkt ihr über das Thema? Seid ihr auch auf der Suche nach den 900er PTBs oder vielleicht nach diesem Video nicht mehr und gebt euch auch mit den 1020er oder sogar den 1070er PTBs zufrieden? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr auch weitere Reviews zu freien Waffen aller Art sehen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.